Thema Probleme mit Straßenkunst in Dresden. Hier ist Einreicher, die AfD-Fraktion. Herr Pinkert, bitte schön. Sehr geehrter Herr Bürger, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, Herr Oberbürgermeister, erstmal muss ich kurz noch was loswerden zum Bericht des OB. Ich muss sagen, wer Demokratie ins Wort nimmt und wenn wir uns an die Diktatur oder ich sage mal so ansatzweise von einigen Bürgern gefühlte Diktatur an Corona erinnern, muss man sagen, muss man vielleicht noch bezüglich Demokratie was dazulernen. Ebenso muss man dazulernen, was Gedenken betrifft, dass einfach Gedenken versucht wird, erstmal auszuradieren und dann ja beraten werden soll, um eventuell wieder Gedenken zu ermöglichen und im Moment nur eine Städte dasteht, die ortsveränderlich ist. Das wird der Bürger natürlich nicht gerade als Demokratie und als Bürgerwillen empfinden. Nun aktuelle Stunde zum Thema Problem mit Straßenkunst in Dresden. Was hat uns zu dieser aktuellen Stunde veranlasst? Genau, Frau Filius-Jene. Was hat uns veranlasst? Nach dem Beschluss vom 14. Juli 2022, Satzungsänderung, war klar abzusehen, dass die Probleme der Anwohner, Gewerbetreibenden und unserer lieben Gäste nicht gelöst wurden. Hier muss ganz klar und deutlich gesagt werden, dass hier im Stadtrat wieder ideologisierte und nicht an bürgerorientierte Politik betrieben wurde. Nur um ja nicht dem ursprünglichen Antrag der AfD zuzustimmen. Es wurde aufgrund der umfassenden damaligen Beratung einschließlich Anhörung anderer Gemeinden unsererseits die Lärmpegelbeschränkung gegen ein Verstärkerverbot geändert. Die Stellungnahme der Verwaltung diesbezüglich wurde jedoch durch sie ignoriert und eine Lautstärkeregelung aufgenommen. Und nun wurde seitens der Landesdirektion die Lautstärkeregelung als unzulässig eingestuft. Okay, fraglich. Warum gerade bei uns in Dresden, bei anderen Städten würde das nicht mogniert? Was sind weiterhin die Probleme unserer Bürger mit der Ausübung der Straßenmusik? Klar, die Lautstärke. Es gibt zu wenig Kontrollen. Lautstärke. Wenn Sie jetzt die Problematik angeguckt haben, die Beschwerdelage, da gibt es sogar jemanden, der hat einen Kontrabass mit Verstärker gespielt. Hut ab! Immer wieder die gleichen Künstler, die auftreten. Monotone, gleiche Darbietungen. Da gibt es eine Beschwerdelage, die zieht sich durch. Da muss jemand mit der Trommel durch die Gegend ziehen. Wahnsinn. Tut mir, tun die Leute leid. Wie sehen die Lösungen seitens der Beschwerdelage aus? Klar, Verstärkerverbot. Zweitens, Beschränkung der Auftritte je Künstler. Drittens, mehr Kontrollen. Und viertens, was die Bürger wünschen, wo ich sage, das ist eigentlich ein Einschritt in die künstlerische Freiheit, Qualitätskontrollen der Darbietung. Warum konnte nicht einfach eine funktionierende Satzung einer anderen Gemeinde als Grundlage übernommen werden? Aufgrund extrem langsamer Arbeit der Verwaltung haben wir uns im Interesse der Bürger entschieden, wieder einen eigenen Antrag einzubringen und eine Aktuelle Stunde zu diesem Thema anzusetzen. Sie haben das mitgekriegt, dass die CDU ja extra versucht hat oder hat, unseren Antrag weiterhin zu vertagen. Wir sind schon seit Monaten vertagen in den Ausschüssen, damit ja dem Bürger nicht geholfen wird. Dadurch hat die Verwaltung sich herabgelassen durch unsere Aktuelle Stunde und schnell noch vor dieser Sitzung eine Vorlage in den Gremium Umlauf gegeben. Die läuft ab nächster Woche in den Gremien an und demzufolge wird dann auch unser Antrag mit behandelt, den man dann eventuell wieder ablehnen kann und trotzdem dem Bürger weiter nicht geholfen ist. Warum, sage ich gleich. Diese Vorlage ist wieder nicht der große Wurf, welcher alle derzeitigen Probleme aufgreift und abstellt. Es wird weiterhin erlaubt, Verstärker einzusetzen und es gibt auch keine Beschränkungen der Anzahl der Auftritte. Sie haben immer wieder die gleichen Künstler jeden Tag an den verschiedenen Standorten mit dem gleichen Repertoire, was meistens nur ausgewählendlich gelernt ist und nichts ist, wo man sagen kann, dass es wirklich künstlerisch wertvoll ist. Gut ist, dass die Mittagspause eingeführt wird und dass wenigstens ab 20 Uhr kein Verstärker mehr eingesetzt werden darf. Eigentlich wollte ich gerne, dass wir uns nach dieser Aktuellen Stunde mit unserem Antrag beschäftigen. Wir haben die Verwaltungsvorlage übernommen und haben nur noch die Beschränkung der Anzahl der Auftritte der Künstler pro Woche mit aufgenommen, weil das wirklich ein Wunsch der Bürger, der Gewerbetreibenden und der Gäste ist. Das wurde uns seitens der Fraktion auf Antrag der CDU verwehrt wiederum. Demzufolge werden wir demnächst wieder hier stehen und wieder über die Satzung der Straßenkunst diskutieren. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, wir steigen ein in die Fraktionsrunde. FDP, wird das Wort gewünscht? Nein? Dann Freie Wähler, Freie Bürger, Frau Tagen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, beim Thema Straßengunst Kunst offenbart sich in der Beurteilung ein eklatanter Unterschied zwischen Stadtverwaltung und Bürger respektive Anwohner. Was für den einen der Inbegriff von quirliger Urbanität und kreativer Bohem in der Landeshauptstadt ist, bedeutet für den anderen die jährlich wiederkehrende Angst vor sommerlichen Temperaturen und milden Nächten. Denn erst dann liegt das Thema wieder auf dem Tisch und der Bürger uns in den Ohren. Und ich meine, wie recht er damit hat. Ich zitiere mal aus einem Schreiben, was an mich gerichtet war, an Sie vielleicht auch. Als Mieter einer Vonovia-Wohnung in der Hauptstraße weiß ich aus leidvollen Erfahrungen des letzten Sommers, dass wir auch diesen Sommer wieder hinter der geschlossenen Balkontür wahrscheinlich mit Ohrstöpseln verbringen müssen. Ich meine, wenn Kunstdarbietung mit Ohrstöpseln begegnet werden muss, ist entweder die Darbietung zu minderwertig oder eben zu laut. Ersteres zu bewerten, ist erklärtermaßen schwer und nur mit auferlegten und zu erfüllenden Kategorien zu begegnen. Wer möchte das schon von uns entscheiden? Letzteres, zumeist persönliche Befindlichkeit, die allerdings deshalb nicht minder einzuschätzen ist. Es gibt nicht umsonst den Begriff der akustischen Umweltverschmutzung. Und genau das ist es, was mir an dieser rotierenden Debatte immer wieder aufstößt, das Misstrauen gegenüber dem Kritiker, die Herabwürdigung des Petenten aus der Dresdner Bürgerschaft unzähliger eingegangener Petitionen und das würdelose und empathielose Ringelpiez um vermeintliche Kompromisse, die weder dem Bürger zum Vorteil gereichen noch wirklich praktikabel sind. Wenn zum Beispiel nach x verschiedenen Variationen gerufen wird, dort mit Mittagspause, an anderer Stelle ohne, da Verstärkerverbot und hier vielleicht nur fünf Wechsel pro Tag, Kompromisse sind Fehler. So ein Fußballtrainer. Und die Überlegung, wer all das dann kontrollieren soll, die stellt sich auch. Wobei, ja, während der Corona-Zeit wurde ja auch kontrolliert, gegängelt, auf gefühlt täglich neue Regeln gepocht, Bußgeldbescheide in schwindelerregenden Höhen ausgestellt. Ja, lassen wir das. Wir als freie Wähler, freie Bürger plädieren im Sinne des Bürgers und zuliebe der Kunst für ein generelles Verstärkerverbot auf all den vielen schönen Plätzen für Dresdner und ihre Gäste. Vielen Dank. Als nächstes die Sendenfraktion, Herr Schmählich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen. Tja, und täglich grüße ich das Morbeltier. Wenn nicht täglich, so zumindest alljährlich, haben wir dieses Thema auf dem Tisch. Allerdings, wenn ich die beantragte Fraktion betrachte, da fällt mir nicht so ein possierliches Tier wie das Murmeltier ein, sondern eher die falsche Schlange, die mal wieder versucht. Populäre, nein, populistische Positionen hier im Stadtrat bar jeder Bereitschaft, sich konstruktiv mit dem Thema im Interesse der Bürgerinnen und Bürger, die ja so gerne zitiert werden, hier auseinanderzusetzen. Es gab das Angebot, weil, bekanntermaßen seit anderthalb Jahren, zugegebenermaßen, weil sich dahinter auch das eine oder andere Problem, was fernab der Problematik des sogenannten Verstärkerverbots liegt, die Verwaltung sich bemüht, hier nach Lösungen zu suchen. Es hat Gespräche am Tisch des Fachbürgermeisters gegeben, jeder weiß, dass es auf den Weg gebracht ist. Die AfD hat sich selbstverständlich im Hinblick auf den bevorstehenden Wahlkampf nicht dazu bewegen lassen, zu sagen, lassen Sie uns das nachher nochmal unter dem Gesichtspunkt auch der Vorschläge der Verwaltung gemeinsam besprechen. Nein, es musste heute durchgezogen werden und da sage ich dann einfach mal in Richtung Schlange und alle anderen, die sich wahrscheinlich auch auf den Weg machen werden, diesen Wahlkampf zu nutzen, weitere Aktualitäten zu erfinden oder aus dem Hut zu zaubern. Wie unsere Fraktion hat auch im Ältestenrat dafür plädiert, dass wir bis zur Kommunalwahl mit diesem Blödsinn der aktuellen Stunden endlich aufhören. Wir haben dafür plädiert, dass wir jetzt nicht künstlich versuchen, die Stadtratssitzungen zu okkupieren mit Themen, die a. nicht aktuell, da sage ich mal ganz bewusst, da unterscheidet sich der von den Grünen beantragte aktuelle Stunde von heute natürlich ganz eindeutig, natürlich ganz eindeutig, weil es hier tatsächlich um eine aktuelle Frage geht, doch aber nicht bei einem Thema, das seit Jahren, ich glaube, es ist die elfte Debatte in diesem Stadtrat seit knapp zehn Jahren, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Also, wir werden uns als Fraktion nochmal dafür einsetzen, dass wir mit dieser Form von aktuellen Stunden, die wenig konstruktiv sind und die nicht dazu beitragen, auch wirklich Lösungen herbeizuführen, hier auch weiterhin bis zu dieser Wahl auseinandersetzen. Wir als Fraktion Dissidenten haben, darauf versichert im letzten halben Jahr und erklären hiermit auch, dass wir keinerlei aktuelle Stunden bis zur Wahl beantragen werden. Lassen Sie uns lieber gemeinsam die Aufgaben und die vielen Anträge, die dieser Stadtrat noch nicht behandelt hat, so behandeln, dass wir bis zum Ende der Amtszeit dieses Stadtrates auch den Erledigungsbutton drücken können und nicht viele Sachen auch dann noch in die nächste Amtszeit verschieben. Danke. Als nächste Fraktion des Bündnis 90 Die Grünen an der Reihe, Frau Filosina. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fasse mich ganz kurz, weil wir es ja in der Tat in Bälde hier wieder auf der Tagesordnung, haben und wie aktuell die AfD ihre eigene Aktuelle Stunde angesehen hat, konnte man ja an Herrn Pinkert sehen, der zunächst einmal mit einem ganz anderen Thema begonnen hat. Also so sehr scheint es dort auch nicht gebrannt zu haben. Was ist der Stand? Also wie gesagt, wir diskutieren das ja dann vertiefter wirklich anhand der Vorlage und dann auch anhand des Antrags. Und ich möchte es nochmal sagen, wir haben es in jedem Ausschuss genau mit der Begründung vertagt, dass es dahin gehört, wenn die Vorlage, die ja in Vorbereitung war, auf dem Tisch liegt, dann muss es gemeinsam diskutiert werden. Und wir haben nicht irgendwie aus Jux und Dollerei hier immer die Vertagung beantragt. Das hatte eindeutig diesen Hintergrund. Worum geht es? Es geht eben, Frau Dagen, nicht nur, also Bürger und Anwohner sind nicht identisch. Das gilt übrigens auch für Bürgerinnen und Anwohnerinnen. Aber ich weiß, sondern es gibt deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger als betroffene Anwohnerinnen und Anwohner. Aber in der Tat ist es so, wir haben hier den im Prinzip Dissens zwischen der freien Ausübung der Kunst, die ganz wichtig ist und die gerade in der Straßenkunst unsere Stadt auch wirklich sehr belebt und dem Ruhebedürfnis der Anwohnerinnen und Anwohner oder auch der Leute, die dort arbeiten in ihren Büros. Gleichzeitig hatten wir aus meiner Sicht eigentlich eine vernünftige Satzung, die ist nun aber in dem entscheidenden Punkt mit den Verstärkern von der Ladi kassiert worden. Also kann ich jetzt nur feststellen, die Verwaltung hat ihre Hausaufgaben gemacht. Der zuständige Bürgermeister, Herr Kühn, hat alle Fraktionen an einen Tisch geholt und hat gesagt, wie können wir hier einen vernünftigen Ausgleich machen. Die Vorlage liegt uns jetzt vor. Die hat als wesentliche Punkte ein eingeschränktes Verbot für Verstärker, weil in der Tat ist es auf der Augustusbrücke eine ganz andere Situation als vielleicht an eng bebauten Stellen an der Prager Straße. Es sind einige Spielbereiche gestrichen. Und es gibt auch eine Mittagspause, wenn man so haben will, wo eine gewisse Ruhezeit eingeräumt ist. Das ist jetzt die Grundlage, auf der wir diskutieren werden. Und diese Diskussion wird jetzt in den Ausschüssen stattfinden. Und da werden wir uns konstruktiv daran beteiligen. Und ich kann nur hoffen, dass alle anderen das auch tun, damit wir das dann vielleicht doch mal für die nächste Legislatur abgeräumt haben und eine von allen akzeptierte, gültige Satzung für Straßenmusik haben. Vielen Dank. Als Nächstes für die CDU-Fraktion Herr Schmidt. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Die Debatte, die wir heute führen, ist eigentlich unnötig, weil es ist keine aktuelle Debatte, die wir führen. Die Probleme, die es bei der Straßenmusik gibt, sind seit Jahren, kann ich ja fast sagen, seit Jahrzehnten immer wieder die gleichen. Als am 14.07.2022, also vor 18 Monaten, der Stadtrat die aktuelle Satzung beschlossen hat, habe ich gesagt, also es war eine Mehrheit des Stadtrates, wir haben das damals so nicht mitgemacht, habe ich gesagt, wir werden uns zu diesem Thema in dieser Wahlperiode noch mal wiedersehen. Und das wird so keinen Bestand haben. Und genau das ist der Fall. Die Landesdirektion hat die Satzung als rechtswidrig eingestuft. Wir haben, insbesondere war ja die Rechtswidrigkeit begründet mit der Dezibelbeschränkung, die wir abgelehnt haben. Wir haben immer für das Verstärkerverbot plädiert. Wir haben in den vergangenen Monaten, im letzten Jahr, mehrfach am Tisch des Bürgermeisters zusammengesessen, haben versucht, irgendwo einen Kompromiss auszuloten, der breite Mehrheiten in diesem Stadtrat bündelt. Ich glaube, die Vorlage, die jetzt im Geschäftsgang kommt nächste Woche, könnte in diese Richtung gehen. Ich habe sie mir im Detail noch nie angesehen. Die Presse hat aber ja schon ein paar Sachen berichtet. Ich denke, das geht zumindest in eine Richtung, die eine breite Mehrheit am Ende auch tragen kann hier im Stadtrat. Trotz allem muss man sich natürlich die Frage stellen, und da sind wir dann vielleicht doch bei einem aktuellen Problem, warum hat es seit dem letzten Gespräch am Tisch des Bürgermeisters so lange gedauert, bis die Satzung uns vorgelegt wird? So umfangreich ist das Thema, und das hätte, glaube ich, deutlich schneller gehen können. Dann hätten wir vielleicht jetzt schon eine beschlossene Satzung vorliegen. Wie gesagt, die inhaltliche Debatte werden wir im März hier führen. Nächste Woche geht es in die Ausschüsse, und nach Tagesordnung oder nach Planung ist die Debatte im März in der Stadtratssitzung vorgesehen. Ich glaube, das sollten wir auch schaffen in den Ausschüssen, und dann werden wir uns inhaltlich positionieren, und damit reicht das, glaube ich, an dieser Stelle in dieser aktuellen Debatte, die keine aktuelle ist. Vielen Dank. Als nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Herr Kießling. Musik wird störend oft empfunden, dieweil sie mit Geräusch verbunden. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, während ich mich auf diese Rede vorbereitet habe, habe ich in meinem Computer ganz laut Dario Rossi angemacht. Dario Rossi ist ein Straßenmusiker, der Alltagsgegenstände ausbreitet, Pfannen, Löffel, Eimer aus Plaste umgedreht und darauf trommelt, ganz schnell und ganz laut. Und ich höre das sehr gern. Und für andere wäre vermutlich diese Musik Anlass zu beschwerden. Beschwerden. Beschwerden, überhaupt immer diese Beschwerden. Sie nehmen also diese Beschwerden ganz besonders ernst. Gut. Paragraph 35 unserer Landesverfassung sagt, jede Person hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaften mit anderen, schriftlich mit Bitten oder Beschwerden, an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung zu wenden. Und dann, es besteht Anspruch auf begründeten Bescheid in angemessener Frist. Und das würde ich jetzt bitte mal in die Niederschrift aufnehmen und im Rahmen meines Fragerechts als Stadtrat hier die Verwaltung fragen, auf wie viele dieser Beschwerden gab es denn schriftlich einen Bescheid und mit welcher Begründung. Aber, vielleicht meinen Sie auch gar nicht diese förmliche Beschwerde. Vielleicht meinen Sie auch einfach die Unmutsäußerung, weil irgendjemandem irgendwas nicht gefällt. Das gibt es ja immer. Und manches davon nimmt man ernst und anderes nimmt man nicht so ernst. Da will ich Ihnen ein paar Beispiele nennen. Zum Beispiel beschweren sich sehr viele Menschen in dieser Stadt über die hohen Fahrpreise beim öffentlichen Nahverkehr. Das nehmen wir sehr ernst. Da haben wir politische Initiativen immer wieder. Meistens wird das von Ihnen abgelehnt, weil diese Beschwerden interessieren Sie überhaupt nicht. Oder es gibt Beschwerden über zu hohe Mietpreise. Da haben zum Beispiel André Schollbach, Jens Mattes und ich vor vielen Jahren mal ein Bürgerbegehren gestartet und dann als Rot-Rot-Grün die Mehrheit hatte. Da haben wir beschlossen, eine Wohnungsgesellschaft zu gründen. Und dann hat die rechte Seite geblockt, geblockt, wo sie konnte. Und erst jetzt, wo TSMC Not meldet, wahrscheinlich haben sie sich noch nicht richtig beschwert, aber es ist abzusehen. Da interessiert es auch den Oberbürgermeister, der sagt, wir müssen da Geld geben, damit da Wohnungen gebaut werden. Gute Sache. Und dann haben wir Radfahrende, die beschweren sich über den Autoverkehr. Das nimmt eine Fraktion sehr ernst und die anderen gar nicht. Und dann haben wir Autofahrende, die beschweren sich über den Radverkehr und die Bevorteilung. Und das nimmt eine andere Fraktion ganz ernst. Und dann haben wir Fußgängerinnen und Fußgänger, die beschweren sich über Radfahrer. Das nimmt niemand ernst außer mir und dem Fuß-EV vielleicht noch. Sehen Sie, es ist gar keine Frage, ob man Beschwerden an sich ernst nimmt, sondern es ist eine Frage der politischen Agenda, welche Beschwerden man wie ernst nimmt und wie man nach Lösungen sucht. Und bei der Straßenmusik ist es halt ein alter Streit zwischen Reglementierung und Freiheit. Und in dieser Auseinandersetzung zwischen Reglementierung und Freiheit stehen wir, und das ist eine Erfahrung aus der Wendezeit, auf der Seite der Freiheit. Denn in der DDR, einige werden sich erinnern, war Straßenmusik faktisch nicht zugelassen. Und andere stehen offenbar in anderen Traditionen. Denn im Dritten Reich zum Beispiel waren Straßenmusikanten tja, Arbeitsscheue, Asoziale und sind in Konzentrationslager eingeliefert worden. Freiheit, die Freiheit des Anderen stört oft. Und das muss man aushalten können. Und zur Freiheit gehört nun ab und zu auch einmal Musik mit Geräusch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Zum Abschluss der Fraktionsrunde die SPD-Fraktion, Frau Mühlbach. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Stadträte, liebe Menschen im Stream, leider muss ich mich jetzt an dieser Diskussion beteiligen, weil es sonst möglicherweise heißt, die SPD hätte zum Thema Straßenkunst keine Haltung mehr. Mir wäre es deutlich lieber gewesen, die demokratischen Fraktionen hätten sich an die Verabredung gehalten und die AfD mit dieser Zeitfresser-Debatte auflaufen lassen. Aber leider war das mit der CDU nicht zu machen schade. Selbstverständlich ist meine Fraktion an einer Satzung interessiert, die den juristischen Erfordernissen entspricht und gleichzeitig den Interessen aller Beteiligten und Betroffenen Rechnung trägt. Ich fürchte allerdings, liebe Frau Dagen, den höher sensiblen Bürger aus der Vonovia-Wohnung, der Hauptstraße, werden wir niemals befriedigen können. Fakt ist, der Stadtrat hat im Juli 2022 eine Änderung der Satzung Straßenkunst beschlossen und in der Folge hat die Landesdirektion der Stadt im Februar mitgeteilt, dass diese Änderung rechtswidrig ist. Daraufhin haben wir unter anderem gemeinsam begonnen, mit der Stadtverwaltung die Satzung anzupassen, die Monitor der Landesdirektion aufzunehmen. Diese Änderung ist jetzt ja wohl im Geschäftsgang als ein Kompromiss. Und das hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Antrag der AfD zu tun. Warum also müssen wir uns heute in einer aktuellen Debatte, Sie haben recht, liebe Kollegen, die keine ist, mit diesem Thema befassen? Es geht der AfD mal wieder um nichts anderes als so zu tun, als sei sie die Einzige, die sich um die Sorgen der Menschen kümmert. Nein, das ist sie nicht. Das zeigt sich übrigens in ihrer grenzenlosen Inaktivität in wirklich jeder Sitzung unter anderem des Kulturausschusses. Wären Sie nämlich wirklich an den Interessen der Menschen und deren Problem interessiert, dann würden Sie unsere Zeit nicht mit sinnlos Debatten verschwenden, sondern dafür sorgen, dass wir mit den Themen hier vorankommen, die jetzt wirklich entschieden werden müssen. Und deswegen höre ich jetzt auf und spende den Rest meiner Redezeit für diese Themen. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, dann haben wir auch die zweite aktuelle Stunde haben wir mit allen Redebeiträgen geschafft und würden damit in der Tagesordnung kurzsetzt...